das ist nicht so schwer ja einfach augen aufmachen und nicht irgendwie vorrennen vorblinken oder sonst was in phase 1 so wie stecken alle in meinem mark in blau bitte passen das ist weiter schaden der anerworte will ist da kann man nix machen so die blitzkugel kommt hier richtig ablegen wieder weiter schaden blitzkugel ins range camp und mini kugel ins aufpassen aufpassen und muss die ich das abk also da kommt wieder näher an kommt in mein markt ein bisschen weiter nach vorne das melee kennt muss ich auch dann näher an dies an den rand stehen da ist und durch das refresh die bafs wo ist die blitzkugel so kommt in die mitte alle in die mitte ständig in dem sturm sonst trip so jetzt kommt die jetzt geht der boss geht zu toten kopf wir gehen alle an den arsch und diese solvers kommen also noch nicht jetzt sondern erst gleich also mädels bitte aufpassen so dass jetzt ausweichen dem zeug da diese linien da so die die soll bomb zu rot irgendjemand hat die soll baum ist das da die anderen beiden jeweils in die anderen markt er kommt jetzt von roten eine neue linie aufpassen so die nächsten solvers bitte nicht 1 1 doch das doch ihr sollt weglaufen die kleinen sollen weglaufen die große muss beim tank die groß ist schon weg die große kommt bei 100 achtungen in fünf energie kommen sie wieder so jetzt sind sie wieder da naito geht so rot und die anderen beiden zu den anderen beiden man muss 45 meter von allen anderen weg seine wasser so weit ja die minis gegrillt so gut und jetzt kommen wir wieder zusammen bringt noch mal die baums bringt noch mal die baums spielt die baum spielt die baums bitte die baums hallo da ist eine bomb mitten im raid martin so jetzt kommen die sieben ads ja cosmic ray richtig spielen also wieder diese strahlen starblast nicht unterbrechen und cosmic beacon dafür unterbrechen und guckt gleich welche welche magie schule für euch am besten stern salve einfach durch laut durchgehen lassen scheiß egal so jetzt kann jetzt haben wir die schule guckt welcher mehr der match bekommt so kosmischer strahl jetzt das muss man ausweichen und geht die so das beacon unterbrechen also der eine kriegt hier erhöhten mini der mensch dass keiner drauf irgendwie beacomischen unterbrechen unterbrechen unter schlecht im hc machen wir das so dass jedes ein mini bekommt der dieses beacon unterbrechen so das was wir hier bekommen das ist weil wir nicht unterbrochen haben guckt bitte ob im hc nicht so schlimm aber ich glaube im hc ist das verheerender so gleich war gleich phase vier jahr wieder das mit den kugeln nicht vergessen kommt schöner effekt jetzt kommen wir ja spooky und rip was passiert wenn ich jetzt eigentlich mach mal doch probier doch ich mach mal ist doch aufkommt ich habe so gewohnt schottet war kein tank oben gelieft gelieft geht zum baum das muss unterbrochen werden sonst ist das ist ausweichen das ist aus phase 1 bei 100 energie wieder die kugeln ziehen zu teilen toten kopf bitte den boss wie in phase 2 so ein kopf bitte achtung die kugeln jetzt weiß nicht wer die kugeln hat guckt was ihr für kugeln habt und die erneuerschaffungskugeln bei rot die kugel bitte machen bitte die kugel bei rot kehren und bei lila auch ja geht da voll drauf auf die lila auch dieser kugel auch die dieser kreis der wiped okay weicht den swirl ist aus der sole explosion der radio massel zu blau und zu wo ich habe eben eingeteilt habe einfach weit weg vom raid im hc wenn wir für jeden von diesen kasten dann hielt sie die glaube ich ein teil weil ich den swirl ist aus sie wechseln hinten die kugeln wieder die wicke eben gekillt haben bitte bei rot und daneben auch die eine ist schon gut sehr schön eine ist dann noch am baum am baum am baum als eine kugel gut ja jetzt halt lauft released lauf zum baum und kommt wieder zurück holt diese holt diese goldenen geschichten und sammelt die ein haben wir jetzt titan forged oder haben wir nicht glaube es sterben zu wenig leute ist dass wir das bekommen werden die kugeln die kugel macht die kugeln macht die kugeln von außen oder macht die kugeln sterben wir auf jeden fall wir sind einfach one shot lassen das einfach safe machen jetzt ist er jetzt ist ja gut ja das war's content clear boys schönen feierabend